Eine Regenfront von Tiefvita zog heute nach Deutschland und dahinter lockerten die Wolken wie hier in Warnemünde wieder auf und davor zeigte sich noch die Sonne wie hier im Mangfallgebirge vom Wendelstein aus in Blick Richtung Osten. Aber auch hier zog es zu und diese Regenfront gehört hier in diese nordwestliche Strömung rein. Das Hoch-Uwe hat sich inzwischen aufgelöst und ein neues Hoch-Hoch-Valentin kommt. Es liegt dann mit seinem Kern am Montag über dem Südwesten Deutschlands. Hier wird es im Laufe des Tages eine Spur freundlicher, oft aber auch trüb durch Hochnebel und tiefe Wolken. In der Nacht kriegen wir es erst einmal mit weiteren Regen- und Schneefällen zu tun. Sie sehen, da sind ein paar weiße Bommel dazwischen. Besonders im Harz und dann in den Mittelgebirgen ist das ganze Schnee auch direkt am Alpenrand oberhalb von 700 bis 900 Meter Höhe. Das ist eine eher nasskalte Angelegenheit. Die Tiefstwerte liegen meist im Plusbereich, vor allen Dingen im Flachland. Im Tiefland ist es deutlich im Plus hier mit fünf bis sieben Grad. Und im äußersten Südwesten, wo es ein bisschen aufklart, da kann es leichten Frost und Nebel geben und der hält sich hier tagsüber teilweise eine ganze Weile. Ansonsten ist und bleibt es in der Osthälfte eher nass durch leichten Regen, Nieselregen, etwas kräftigere Regenfälle in den östlichen Mittelgebirgen oberhalb von 600 bis 800 Meter Höhe Schnee. Auch im höheren Alpenvorland verirren sich ein paar nasse Schneeflocken. Am Nachmittag wird es vor allen Dingen an den Küsten eine Spur netter und im äußersten Südwesten. Der Nebel wird hier angenagt. Die Temperaturen erreichen dazu drei bis neun Grad. Aber durch den teilweise noch recht ruppigen Wind fühlt sich das Kälte an und der Wind ist auch ganz interessant. Im Nordosten kommt er aus östlichen Richtungen weiter nach Westen zu aus westlichen Richtungen. Hier entsteht so eine Mini-Luftmassengrenze, die am Dienstag dann wieder nach Osten weggeschoben wird. Hier kommt mildere Luft herangezogen. In der Südhefte ist es meist trüb durch Wolken und Nebel mit ein bisschen Sonne dazwischen. Die Temperaturen ändern sich wenig und am Mittwoch sickert dann von Nordosten wieder etwas kältere Luft zu uns und ab Donnerstag setzt sich bodennah eine kalte Ostströmung durch.